hallo edelmetall freunde es ist freitag wieder eine woche fast geschafft und zeit für noch ein kleines video für sie diesmal nicht im engeren sinne mit einer top news sondern mit einer information die viele von ihnen interessiert und eine frage beantwortet die egon von greyerz auch sehr oft gestellt bekommt was passiert mit edelmetallen im crash im falle eines aktiencrash das schauen wir uns an und dann zeige ich ihnen noch am ende wie es buchstäblich in der endphase aussieht denn das was wir gerade im libanon sehen sie erinnern sich an das letzte video das ist in venezuela schon viel weiter fortgeschritten und das gucken wir uns dann an jetzt schauen wir uns also zuerst an wie sich edelmetalle im falle eines aktiencrash verhalten und da habe ich heute gerade heute eine tolle grafik gefunden die ich ihnen mal zeigen möchte hier ist die tabelle die uns auskunft darüber gibt wie sich die edelmetalle verhalten im falle eines aktiencrash link finden sie unter dem video schauen sich das mal an hier haben wir verschiedene crashs des s&p hier die verluste dazu und wie sich gold und silber verhalten haben wir sehen also die negative korrelation ist fast immer beim gold gegeben beim silber im prinzip auch aber nicht ganz so sie müssen aber eins bedenken besonders beim silber diese verluste die hier angegeben sind sind natürlich papier verluste also comex verluste und wie mike maloney in dem video auch bespricht was ich ihnen auch noch mit unten verlinke sah es in der realen welt völlig anders aus wir haben das ja auch selbst schon erlebt das heißt papier silber preis fällt um prozent x physische ware ist knapp dass sie riesige aufgelder bezahlen also ich denke diese diese situation die muss nicht unbedingt sich wieder so darstellen gerade jetzt wir haben es oft genug besprochen die comex ist unter großem druck und der unterschied zu diesen verlusten diese gerade in der tabelle gesehen haben und zum aktuellen zustand ist dass wir jetzt ein weltweites problem haben also das fiat geld system ist jetzt global unter attacke unter angriff die comex ist angezählt wird beobachtet sie hat abflüsse die kunden misstrauen den lagerhäusern misstrauen den großen anbietern slv hier nochmal exemplarisch genannt also ob sich das noch mal so entwickelt wie wir es hier gerade gesehen haben wagen ich zu bezweifeln und das gold und silber absolut überragend sind wenn es darum geht ihren oder ihr geld zu erhalten das sehen wir an vielen beispiel immer mehr und ein richtig krasses beispiel ist venezuela da zeige ich ihnen mal den aktienindex dort denn nominal können sie mit aktien in venezuela richtig viel gut machen schauen sie sich mal hier den aktienindex von venezuela an und ich erkläre ihnen gleich warum ich hier von 2014 beginne also wir waren hier 2014 15 16 ende 2016 etwa bei 20.000 punkten das ging dann bis 100.000 punkte hoch so und jetzt müssen wir umschalten denn venezuela hat ja eine hyperinflation hier sind wir beim aktuellen chart der börse in venezuela und erinnern sie sich mal an die 100.000 punkte die ich gerade hatte hier können sie schön entlang fahren das sind über fünf jahre da oben steht 0,01 das waren die 100.000 von gerade eben denn venezuela hat 2018 fünf nullen gestrichen sehen sie wie das hier abgeht alleine vom november bis jetzt hat sich dieser aktienindex mehr als verfünffacht aber real machen sie da nichts gut wie es real aussieht habe ich mit egon von greiertz vor anderthalb jahren mal dargestellt am beispiel des deutschen aktienindex im deutschen reich der auf goldmark zurückgerechnet wurde ich verlinke ihnen das video damals von damals auch noch mal unter diesem video das können sie sich angucken also sie haben auf jeden fall in der hyperinflation mit aktien reale verluste deutliche verluste gegenüber gold gegenüber silber wird es sicherlich auch so sein das können wir nur vermuten aber ich bin da ganz zuversichtlich dass aktien besser sind als oder immer noch ein real wert darstellen besser als papiergeld ist unbenommen aber edelmetalle sind überragend wenn sie ihr vermögen im währungszusammenbruch erhalten wollen und was ich ihnen am anfang sagte diesmal die situation ist diesmal anders weil wir ein globales phänomen des währungszusammenbruchs haben was damals als die früheren crashs am aktienmarkt waren nicht der fall war also es gab immer irgendwelche märkte die geboomt haben sicherlich jetzt zurzeit sind es kryptowährungen wir werden sehen wie das weitergeht aber diesmal sollte es noch viel krasser werden was die wertentwicklung bei den edelmetallen angeht also bleiben sie ganz entspannt und verkaufen sie kein gramm sie haben nicht den geringsten grund dazu seien sie absolut relaxt und froh für jeden tag wo sie falls sie wollen noch aufstocken können denn das bittere ende kommt wenn sie übrigens schon auf egon von greyerz warten kann ich gute nachrichten verkünden nächste woche ist auch er wieder mal da also bleiben sie optimistisch und vergessen sie nicht auch wenn die zeiten noch so verrückt waren nichts hat ewig bestand und irgendwann kehrt alles zum zur normalität zurück das war es für heute ein gutes wochenende ihnen und machen es gut